So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors Age of Calamity. Letztes Mal haben wir eine weitere Mission mit Krox abgeschlossen. Können jetzt hier den längeren Combo-Angriff für Daruk holen. Und haben auch viele Nebenmissionen gemacht. Und jetzt machen wir auch erstmal wieder Nebenmissionen, dass auf jeden Fall der Part jetzt nicht nur aus Krox-Sucherei besteht. Oh, nice. Sehr schön. Dass der Part nicht nur aus Krox-Sucherei besteht, sondern eben auch, ähm, ja, ne? Hier würde theoretisch noch einer fehlen. Einer. Einer. In diesem riesigen Wald. Ich meine, ich denke zu wissen, wo. Aber, ja. Da gehen wir erstmal hin. Große Feen, Tiefschnee. Das ist doch eine Mission für uns. Auf geht's. Ah, vorher Waffen, 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 Waffen. Immer der gleiche Spaß. Kombinieren oder Verkaufen ist hier die Frage. Ich würde kombinieren. Wobei die jetzt eher schlecht sind zum Kombinieren, ne? Weil wir mal ehrlich sind. Manche sind jetzt nicht so gut zum Kombinieren. Dann verkaufe ich sie lieber. Ich verstehe mir noch nicht, wonach das sortiert wird, aber es ist egal. Ah, jetzt ist es nach Lanzen sortiert. Okay, verstanden. Jetzt ist es nach Waffen A sortiert sozusagen. Ja, okay, okay, okay. I see, I see, I see. So, genug. Ja, weg damit. Auf geht's. Die Feen-Mission. Also geht's jetzt wieder darum, die Rubine zu sammeln und dann die Fee am Ende zu besiegen. Wee, 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 wee. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ach, war da jetzt eine Kropp dabei. Ich hoffe nicht. Jetzt müsste ich leider bitter weinen. Geht gar nicht um Geld diesmal, okay. Ich dachte, es geht immer bei den Feen-Missionen um Geld. Diesmal nicht. Fünf Eis-Moblins, bis zehn. Ja, dann hauen wir es halt alle weg. Nice. Ach, komm. Ich habe noch nie mein Schick links eingesetzt. Kommt mir gerade so. Jetzt soll ich damit mal anfangen, als wäre ich eine Idee, Herr. Wo ist eigentlich dieser Orni-Hauptmann? Wessen Energie da so runtergeht. Oh, falsche Richtung. Oder? Ja, definitiv. Ach, hier ist der. Ja, Lull. Ja, dann mischen wir uns doch mal mit rein hier. So. Ich hoffe, jetzt ist hier Ruhe. Ich hoffe, jetzt ist hier Ruhe. Ich hoffe, jetzt ist hier Ruhe. So. Zack, 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 zack. Ach, geh halt. Heim. Oh, weh, bei der Mission bin ich ein bisschen gebrochen, ey. Ich habe Ila nicht nachgekriegt. Das wäre so bitter. Reicht das? Ja, gut. Schön A aufladen jetzt erstmal hier. Sehr schön. Ja, perfekt. Kann man dem direkt ein Ahl ins Gesicht schmeißen. Und dann fehlt da auch schon gar nichts mehr. Die fiegel raus so. Das ist auch schon der letzte. So. Oh, jetzt kommt die Fee. Wo taucht sie auf? Ah, am Anfang. Okay. Ah, da kommen gerade noch ein paar entgegen. An denen kann ich nochmal schön meine A aufladen. Ach, jetzt geht es um Rubines sammeln. Ah, okay. Jetzt kommt das Plädoyer. Hallo? Hallo? Was ist mit euch? Was ist denn mit euch verkehrt? Hallo? Hallo? Die einfach abhauen. Als wäre ich nicht da. Hallo? Gut, dann halt. Lell. Einfach verschwunden. Ja, okay. Okay. Jetzt ist alles in Ordnung. What? Okay. Geister-Moblins. Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt einfach nur das Geld. Ja, jetzt kommt die Fee. Ah, da unten. Moin. Aua. Aua. Ich krabbe sie nicht. Warum kriege ich sie nicht anvisiert? Was ist denn das? Ich kriege sie nicht anvisiert. Ah. Ich habe die falsche Taste gekrückt. Und das ist das. Ey. Sag mal. Sag mal. Bist du denn drauf, ey? Dies ist eure Helfer. Nee. Aber was ist das? Sag mal. Ist doch gut jetzt. Wie wäre es damit? Kein Interesse. Wie wäre es damit? Ja, das schmeckt, ne? Boi. Sehr schön. Ja, bleibt da drin. So ist gut. Ja, halt die Klappe. Und tschüss. Das war diese Mission. so schaltet die was frei oder platz dabei da ist eine mission um hares breite mittel keine highlighten zu darfst keinen treffer so wahrscheinlich das probieren wir nur ich glaube dass wenn wir nicht sofort schaffen und da werde ich glaube ich recht schnell aggro aber wir gucken mal rein vielleicht ist es ja machbar ich darf keinen treffer einstecken das klingt nicht angenehm bin ich ganz ehrlich das klingt nicht sehr angenehm da muss ich jetzt enorm aufpassen war ja jeder kleine depp mich treffen kann ich hoffe das ist nicht auf zeit dann könnte ich zumindest versuchen auf distanz zu bleiben besiege die vor 50 jäger novizen ist das alles ist das alles 50 jäger novizen ich glaube wir machen es doch eher so die hälfte ist schon da und ich muss nur gucken wo es gefährlich werden könnte an welcher stelle das sieht soweit okay aus 40 sind down wo wird es noch kritisch okay die habe ich beide auch erwischt bleiben noch 7 bis jetzt sind sie nicht aufgetaucht das heißt die kommen gleich irgendwo da unten ganz langsam ich kann nicht laufen wenn ich das mache das sind mehr wie 7 oh mein gott habt ihr diese pfeilausweich skills gesehen holy shit ja dann müssen wir uns doch hier nur schnell durch ja easy aber das war es noch nicht alles klar schade jetzt gut wie ich mein a aufladen könnte bis ich bei dem typen ankomme ja 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 Trifft nicht mal, ne? Nee, das trifft überhaupt nicht. Ich will nur mein A aufladen, dass ich da gleich ordentlich rein knallen kann. Ja, sieht gut aus. Okay, A ist offen. Okay, 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 okay. Ich glaub die Hälfte hab ich ihm gezogen. Aber jetzt muss ich da rein ohne. Kritisch. Okay. Jetzt geht's nur noch um dich, mein Freund. Tschüss. Das hat ihn gehauen. Uff. Uff, 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 uff. Sehr schön. Das war das. Okay. Ei, ei, ei. Aufregend. Eine leicht aufregende Mission. So. Okay, die schaltet auch nichts Neues frei. Gut, wo haben wir noch Missionen? Ich weiß, ich könnte auch über die Liste gehen, aber ich suche jetzt über die Karte, weil das lustiger ist. Wir haben gleich alles durch, sehr schön. Ich glaube, so viele Missionen haben jetzt aktuell gar nicht mehr, die wir machen können. Da haben wir noch eine. Ah, die nächste Fee. Okay, komm. Fee Grasland ziehen wir auch noch durch. Zwei Feen in einem Part. Passt. Die nächste Fee. Aufregend. Ich glaube, es waren ja auch nur 3 Feen, oder? Es waren 3 Feen Missionen. Ja, es müsste hinkommen. Das müsste hinkommen. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Komm lad. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das beschleunigt. Äh, verschleunigt. Ob man es verlangsamt durch, das was so ein blödsinn da macht. Ich meine, es verbraucht ja irgendwo Energie, um zu laufen. Nicht viel wahrscheinlich. Es wird wohl keinen Unterschied machen. Aber es verbraucht Energie. Na, wir werden es sehen. We'll see soon. So. Gib dich zum Ziel. Ja, gut, dass du in der Mitte scheinbar bist. Das ist jetzt nicht die große Schwierigkeit, in die Richtung zu kommen. So, zack. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch gleich weg, aua. So. Nummer 3 ist... Sehe ich noch gar nicht. Quatsch da. Einfach mal anbisieren, dann passt es schon. Gib mir die beiden A's jetzt einfach gleich mit dem D auf. Ich habe übrigens wieder nicht geguckt, ob da ein Kog in der Mission ist. Aaaaaah. Ich muss das nachher noch nachschauen bei den anderen Missionen. Ob da ein Kog war oder nicht. So, warte nun. Sammle die Rubine. Das kann ich. Ach, guck mal, da sind sie schon. Okay. 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 Oh, jetzt wieder der gleiche Quatsch oder was? Ah, okay. Alles klar. Oh, nee. Oh, nee. Was ist das? Aua Ist doch gut Zack Eich Muss kurz gucken, ob ich mich gemutet habe Ich bin auf den Knopf gekommen Aber er hat es nicht ausgelöst, glücklicherweise Ja, wir schlagen die Luft Nice Und tschüss Und tschüss Eins Zwei Zwei Ja, du bist hier Ich komme ja schon Oh, falsche Richtung Nein Au Nein 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 So Das ist der Staat, den ich sehen möchte Und tschüss Ich bin hier Ich bin hier Gescheitert So stelle ich mir das vor Okay, alle drei Feen besiegt Wird jetzt was Neues freigeschaltet? Fragezeichen Denkbar wär's Aber man weiß es nicht Ah ja Eine ganze neue Mission Und zwar Große Feen Schlachtfeld Mal gut Gehen wir da auch noch rein Warum nicht? So So Na komm Na komm Lad schneller Dankeschön Ich hab wieder nicht nach den Crocs gehen Ich werd bekloppt Oh, wieso denk ich denn nie dran? Oh Mann ey Einmal nachdenken ist es zu viel verdammt Scheinbar ist es zu viel verdammt Das muss ich schon bei vier Missionen nachgucken Ob es da Crocs gab oder nicht Oh, das Zeitlimit ist aber gar nicht angenehm Achso, das war das Zeitlimit oder was? Ja Leute Ne, war nicht das Zeitlimit Noch mehr Routine Könnte mein A einsetzen? Ich will aber nicht Ja Wir kriegen den auch so klein Ich will meinen A ja für die Dings behalten Ja So, wo ist jetzt, wo ist jetzt die Rubine? Da Reicht das jetzt? Okay Okay, jetzt sind neue Zeit losgegangen Das ist ja schonmal was So, A ist voll, auf geht's So, A ist voll, auf geht's So, den ich auch ganz schnell erledigen, dass die nächste Truhe auftaucht Hallöchen Und tschüss Ja, wo ist er denn? Da hin So, und jetzt? Zwei Stück Ach komm Ach komm Ja, das ist nicht zu weit So, tschüss So, tschüss Erstmal schnell wieder A aufladen Bevor die nämlich gleich verschwinden sollten Ich meine A nicht mehr aufgeladen bekomme Das wäre nicht so cool Okay, gehen wir erstmal zur Truhe Jo Jo Ja, gut Ich geh nicht zur Truhe Wo ist die? Da drüben Aua Lasst mich zur Truhe gehen, ihr Pflaumen Oha Das waren einige Das waren einige Und jetzt? Wo taucht jetzt auf? Da unten Okay Ja komm Madame 1 2 Oh, ich hätte das schlauer machen sollen Ja, ich bin dumm Aber es macht nix Irgendwann auch so hin Ich hätte erst einmal A machen sollen Dann sie attackieren Dann nochmal A und dann sie attackieren Reiche Dann wäre ihr Schild schneller runtergegangen Aber so geht es auch Und tschüss Sehe ich auch so Jut Haben wir die auch noch erledigt Die neu aufgetauchte Okay 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 Hi What now? Aha Die vier großen Fans und Schwestern Die in Quellen in ganz Haiole und mit Linken Und mit allen Söhnen Haben sie sich alle in einer Blume versammelt Ihren Namen Ihren Namen von der ältesten zu jüngsten sind Terra, Caesa, Mia und Coutura Jo Was ist Was ist das? Moment Das Ich kann die jetzt spielen Ich kann die jetzt spielen Sind das jetzt Upgrade für die Feen? Äh Meine Kraft Sie kehrt zurück Jo, was? Das sind spielbare Charaktere? Jo, was? Das sind spielbare Charaktere? Oh, diese Kraft Meine Kraft Sie kehrt zurück Sie kehrt zurück Ja Okay Herz Plus 2 geht nicht mehr Da ist noch was Diese Kraft die muss ich mir gleich mal angucken und da wäre jetzt noch länger combo angriff spezial das noch mal plus 1 also kann die auch um zwei erweitert werden ja verrückt da geht noch was ich bin nicht gibt es sonst irgendwo was zum upgraden ich meine da gibt eine mission sehe ich auch ach so da kommt spielen wir sie doch gleich mal warum nicht so alles klar was ist das denn jetzt für ein charakter greife mit den schwestern und zeige geschickte ausweich und tauschmanöver drückst du zr setzt jede von ihnen eine ganz individuelle attacke ein acht grünen neune krieg ich noch mehr zur fee nein okay cool das war's mit der fee das war alles zur fee cool ja okay dann halt nicht was so je nach angriff zeigt sich eine andere große fee ich sehe das ja zeit für die großen geschütze ach du schade nun bin ich etwas aufgebracht ah ja ja das spielt sich super weird weil die halt so riesig ist und ich faktisch nicht ausweichen kann ich kann faktisch nichts die aufladen okay yo was zum das war interessant schmetterangriff ach da kommt einfach das pferdeding raus joo das lass nicht reichen oa geht auch schon oh nun habt ihr mich ögel gemacht ah ja stasis das große finale also die kann ich mir in normalen missionen überhaupt nicht vorstellen das ist ja noch ist es nicht vorbei so sieht's aus schon vorbei ja ich lege los was immer ihr mögen ah ja cool was jetzt noch war war wahrscheinlich war was ist Wer der Zeug meiner Macht Oha Energie Wo kam das denn her Yo Von dem Blüb da Das war interessant Sage ich jetzt mal Vorsichtig ausgedrückt Das war sehr interessant Okay Yo sick Glanzarmband Das heißt das ist ihre Waffe wahrscheinlich Yo das gab gut Kohle Drei Diamanten Okay Ja interessant Wir haben einen neuen Charakter Wir können die Feen spielen Ist okay Ist okay warum nicht Bitte das Gasthausbesitzer Das kann ich auch nur mit den Feen spielen oder was Jetzt gehen wir aber erstmal durch Kroppmissionen und Geschichten Was habe ich jetzt überhaupt alles gespielt Um Gottes Willen Irgendwo hier war die Da Tiefschneefee war aber okay So Irgendwo hier war die andere Feen Die Feen war auch okay Dann war Hier unten noch eine Feen Ich glaube es ist wirklich einfacher Wenn ich den hier mache Also da gibt es nämlich den Kropp Bei der Mission Mit der Fee Interessanterweise Arena einfach Geht auch nur mit der Fee Okay Ach ne Ach ne Das ist weil ich die jetzt ausgewählt Ah Ich bin dumm Weil ich die jetzt ausgewählt hatte Sorry Bin blöd Okay Die habe ich jetzt alle abgeschlossen Die Frage ist ob ich den Kropp übersehen habe Irgendwo Nein Nein Sieht gut aus Habe ich bei den 20ern irgendwo noch einen Krok übersehen Ah Ne Das ist kein Krok Entschuldigung Den Hammer Okay perfekt Dann sollten wir alle Kropps haben Aktuell bei den Nebenmissionen Gut Eieiei Ist ja gut jetzt So Ähm Dann Nächstes Mal Ich denke mal die letzten Nebenmissionen Viele sind es nicht mehr Damit Eigentlich haben wir nur noch Ja Kann ich ja wieder so machen Hier gar keine Zwei Arena Und bitte des Gasthausbesitzers Okay Cool Dann Sind die beiden Nächstes Mal noch zu erledigen Und danach Denke ich Können wir uns langsam wieder der Story widmen Haben jetzt wieder lang genug Off-Topic Dinge getan Aber es ist ja auch immer wichtig So Danke fürs Zuschauen Und Tschüss Servet Links Auch So O